Für den Absalzungsprozess an Kesselanlagen und Dampferzeugern setzen wir von Gestra unsere kompakten Absalzreaktomaten Typ BA und BAE ein. Als zentrales Regelorgan steuert die Gestra-Axial-Stufendüse, ein System hintereinander geschalteter Düsen, die Durchflussmenge und drosselt das Durchflussmedium geräuscharm auf den für den Abwärmeprozess notwendigen Druck. Strahlverschleiß an Düsen, hervorgerufen durch große Strömungsgeschwindigkeiten an den kritischen Stellen eines Ventiles, treten infolge der stufenweisen Entspannung und der daraus resultierenden Geschwindigkeitsreduzierung nicht auf. Die drei Querschnitte und die Austrittsbohrung in den Auslauf dienen als einzelne Druckreduzierelemente, die den Kesseldruck über vier Stufen auf den Austrittsdruck reduzieren. Die stufenlose Einstellung durch Drehung des Regulierhebels, sowohl manuell als auch automatisch, ermöglicht die Anpassung an Ihre Kesselleistung. Unsere Absalzventile haben sich seit Jahrzehnten im harten Dampferzeugerbetrieb bewährt und erreichen durch hohe Fertigungsstandards ein stabiles Qualitätsniveau, lange Lebensdauer und unterstützen Sie bei der Optimierung Ihrer Energiekosten.